Soll ich zur Sendung Dior anziehen oder Balanzaga mit Mauerkragen? Besser Dior und tu ein rotes Einschlecktuch rein, das wirkt cool. Na klar, dezenter linker Touch. Ich verabscheue Egoismus, das Frankreich, das ich liebe, teilt gern. Fangen Sie damit an, verschenken Sie Ihre Reichtümer. Wenn da draußen eine Roma-Familie in Not ist, sag ich hereinspaziert. Ja! Grabe Füße rein. Aber bitte. Einer lernt sich den Lionel Messi der Intellektuellen. Erwarten wir den? Nicht, dass ich wüsste, außer vielleicht meine Roma-Freunde. Hallo, Herr Renz, passiert. Vielen Dank. Danke uns auch. Nein, nein, nein. Wenn es nur um eine Nacht geht oder zwei. Vielen Dank. Wir stellen Wundwag in den Garten und passen auf auf Haus. Sollten wir vielleicht die Wertsachen verstecken? Ich meine nicht, dass ich Ihnen nicht traue, aber man will ja wirklich niemanden in Versuchung führen. Du hast recht, ja. Das wäre heimtückisch. Du brauchst gern Suche in den Müll? Das darf doch nicht wahr sein! Kommen Sie runter und unternehmen Sie mal! Wo wollen Sie hin? Zur Arbeit. Wie? Als Peruaner? Beruf von Roma nicht gut. Ein Weg in Malibu. Danke, Herr Renz passiert. Jean Etienne. Herr Renz passiert einfacher. Eigentlich völlig normale Gäste. Ganz genau, wie alle anderen. Alarmanlage einschalten. Ist besser, man weiß ja nicht. Oh, oh.